so es ist doch hier ein freizügiges Auto wenn man ja auch die Toilette ohne Tübe bauen ja schon ich hab ja wenn du irgendwie was falsch gedacht äh äh sehr gut da oh schön ich hab mal ganz kurz reingeguckt, hat mir gut gefallen mit einem Klo und einem Schalter ja magisch das ist mehr als nichts ich hab auch einen Camper für Xialin gebaut allerdings hab ich die Schrift falsch rum was ist die Schrift falsch rum? ja ich hab halt angesprüht und dann hab ich die Schrift falsch rum das klingt irgendwie blutgelaufen vielleicht wieder da? treff xy treff Oh, voll krass. Magisch. It's magic time. Vor allem das Beste ist, ich hab früher meinen Zauberkurs gehabt. Nein. Ich kann zaubern. Echt, oder? Zum Beispiel weiß ich, dass Xialin in echt Xialin heißt. Wow. Da weißt du ja mehr als ich. Ich hab die Matrix gehackt. Krass, der weiß mehr als ich. Gibt's denn ein Bett, wo man sich drauflegen kann? Nein. Schade. Egal. Tricks. Boah, das stinkt jetzt, ey. Standard. Ich komm mal auf falsche Gedanken. Ich bin mal kurz weg. Musst du aufs Klo, oder was? Ach, ging rein. Falsche Gedanken verdrängen. Aha. Hat das stinkend gerochen, dann hat er gedacht, so, jetzt muss ich aber weg hier. Jetzt muss ich hier über Stinken gehen. Jetzt hab ich wieder andere Probleme. Jetzt ist es mir wieder richtig heiß. What? Ja, äh, 38 Grad sag ich jetzt nur. Echt? Ich weiß gar nicht, wie viel es bei uns hat, aber ich glaub, bei uns ist es auch ziemlich warm, aber ich hab rechtzeitig alles zugemacht. Wir lüften über Nacht. Ja, genau. Wir auch. Alles zu. Ja. Sonst ist das einfach zu, zu heavy. Upsi, das war die E-Zigarette von meinem Bruder. Hast du kurz dran gezogen, oder? Nee, die ist noch runtergeflogen. Upsi, ah, war ein Versehen. War extra. So, was du bist. Wie konnte das denn passieren? Jetzt bin ich plötzlich. Hi. Ne E-Zigarette ist das nur mit Liquid. Ja, ja, das sagen sie alle. Hallo? Ja, der hat angeblich mit Drogen gehandelt. Oh, lieber nicht jetzt hier. Das geht zu weit, ne? Naja, ich weiß. Das ist gut, man fliegt jetzt schön aus dem Auto direkt wieder raus beim Aussteigen. Ja, das ist praktisch, gell? Man kennt's. Man steht auf und dann... Wie im echten Leben. Drehst du dich um und guckst dann voll in die Scheune, aber. Ja. Schön, wenn man so am Bett wäre. Man steht auf und direkt schläft. Ähm, im Bad. Oh, doch so breit. Hoppla. Ich mag Enten. Ich sehe ihn auch. Ja, stimmt. Aber ihr habt Schild gerüttet. Ja, ich hätte auch gern Enten. Ich hatte früher immer Laufenten. Oh mein Gott, wie cool. Ich war immer das Beste, weil man konnte mit den Rennen machen. Oh, wie cool. Dann würde ich immer direkt nach der Schule ranzen und abstellen und dann... Oh, eure Laufenten sind so cool. Ja, das waren allerdings zwei Männchen und die haben sich dann halt... Hätten wir sie nicht getrennt, äh, zu Tode gehackt. Da mussten wir die eine abgeben. Haben die, haben die an den Teich gesetzt von einem Bekannten von uns. Da war die eine gewisse Zeit lang, dann war sie weg. Und die andere, ja, wurde von einem Fuchs gerissen. Oh. So eine Scheiße, diese Füchse. Ja, das haben wir hier auch. Ständig werden Hühner gefressen. Sogar Enten. Wir waren letztens in Holland. Nochmal. Letztes Mal. Und da waren kleine Babyenten. Nach zwei Tagen war keine Mutter mehr. Nein. Ja, so ist es. Sachen, sterben und... Und werden neu geboren. So. Rosata hat nur einen Reifen. Was sagt ihr zu den Reifen? Die sind ziemlich cool. Ja, ich gucke. Ja. Ich lasse nicht sogar die hier. Nicht schlechter. Nee, sonst nicht. Der Reifen steht! Der neue Bottle-Film. Oh, er ist geplatzt. Er ist jetzt weg. So. Ja, very nice. Ich habe hier auch noch das hier, Kennst du das noch? Sag mal. Das ist das ein Klick und dann macht's kabumm. Oh, bitte nicht zu nah am Auto. Alles gut. Gelöscht. Oder warte mal. Nee, ich glaube, das war das. Ich spring mal kurz weg. Spritzt, sprits, 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 sprits. Also, das war das von mir. Aber. Ja? Wo ist das jetzt? Ha, da drüben ist es. Das ist es. Was ist es? Oh, ja. Das? Ein hübsches Feuerwerk. Ein hübsches Feuerwerk. Ich hab's nicht verbinden. Dann hab ich gedacht, das sind nur Baublöcke. Hab sie verbaut. Also, weil man so einheit verbaut. Gefahren. Gebremst. Wie gezogen. Umgefallen. Kabumm. Hm. Naja, so eine Erfahrungen gehören halt dazu. Ja. Das stimmt. Äh, wo gibt's die Tastekalze? Wo ich sie suchen? Ah, welcher hier ist es? Boah, Bombe! Was denn? Anspielerinnen auf eine Person. Achso. Das passt. So, jetzt haben wir... Ganz, ganz kleine Küche. Genau. Kochen wird überbewertet. Das war nicht ich. Das war der hier. So. Wer ist der da? Der da drin? Da standst du vorhin so. Ah, jetzt nicht mehr. Guck mal, jetzt liegt der Arm auf dem Boden und weist den Weg. Praktisch, wenn man sich mal verläuft. Slide mal aus. Ich bin dann ist er weg. Hm? Aussteigen? Okay. Äh, nee, ausleiden. Damit ich mal weiß, wo ich bauen kann. Achso. Achso. Wie machst du das jetzt mit den Lücken? Ja, ich weiß schon wie, weil ich weiß es nicht. Ich weiß wie, weil ich es weiß. Ich weiß- Was war- War doch kann ich so? Toll. Ich weiß- Ich weiß- Ich weiß- weiter voll cool und jetzt hat man keinen hobel hier hat jemand schon radio eingebaut wie praktisch ja mach mal ach so wir haben gar kein glas ohne glas geht es nicht das nennt man stylisch aussteigen also ja das macht immer das ist der beste aha dann 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 ist unlogisch geht das nicht so machen er hat es doch scheiße aus tauscht aus schon hör doch mal zu hier sind ihre reifen mehr mehr brauchen sie ja nicht zu fahren stürmt den rest braucht man ja auch nicht kaffeemaschine braucht man kaffeemaschinen machen mich froh so 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 Hh-h-h! Jetzt brauche ich ne Ersetzung für'n Teller, was könnte gut für'n Teller sein? Knob. Naja. Was, Knorpel? Knopf als Teller. Wir können auch noch ne Mod reinnehmen, wenn du irgendwas brauchst. Ah nein, passt schon. Ich hab ne Ersetzung gefunden. Okay. Muss ich nur rausschalten. Okay. Okay. Jetzt noch ne Tasse und Becher. So. Oh, er sieht schon cool aus. Kann ich liften? Na ja, komm. Gelüftet. Musst du unter'n Motor. Achtung, Stupentest. Und Schmerz. Da sieh' mal ne tolle Hupe. Und Schmerz. Hallo, was ist für'n Bähden? Warte, ich muss die kurz absperren bevor du irgendwas damit machst. Äh. Hupe. Nerve. Dings. Bums. Nerven. Hupedingsbums ist das jetzt. Hupe Dingsbums. Klingt nach einem stimmigen Namen. Nein, Hupe Dingsbums. Das war falsch. So. Das ist die neue Melodie. Okay. Nen, 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 nen. Oh, gar nicht mehr so schlecht. Ja, sieht nicht schlecht aus. Au. Da war jemand, glaub ich. Da war nur ne Ameise. War nur ne Ameise. Ich muss leider liften. Und Schmerz. Kennen die Leute, die auf der Autobahn irgendwie, wenn jemand vor der Kanal dann vorbei donert, hupe so? Äh, auch so. Du, 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 du. Ach, du meinst die Polizei? Nein. Weil das nennt man Sirene. Nein. Nein. Meine Oma. Also meine dritte Oma. Ähm. Die fährt halt mit, äh, äh, hat er die Kaffee und so, und auf der Autobahn fast leer. Ja, 180. Rimm. An einem Vora-Ein, der so... Okay. Äh, der hat wahrscheinlich, der... äh, der hatte wahrscheinlich einen 25 kmh oder sowas. Oh, ich hab er LSD genommen. alles möglich ich gebe den lsd fisch echt was macht er so da war habe gehört das passiert öfters so ich habe ein paar lichter verbaut Wow, das ist ein Blank. Das ist ein Blank. Das ist ein Blank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube, ich habe noch was drin. Esszimmer, Toilette, Küche und... Boah, krass. Krass. Da ist das Block. Einmal hatte ich im Inventar etwas eingegeben, ich habe die ganze Zeit verzweifelt nach einem Polygon gesungen. Oh. Ein Block Polygon. Habe ich nicht gefunden, habe ich einen anderen genommen. Dann fiel mir auf, ich habe was im Inventar stehen. Oh. Aber das kann ich, dieses Suchen im Heieiei. Ja. Wenn man dann denkt, so heiß im Block, dann... ...heißt du doch irgendwie anders. ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020